so ich gehe auch mal ganz schnell auf die lette ich bin doch ein paar Rechte Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe nie beendet okay ich auch nicht ich habe einfach gezogen ich bin aber ganz normal gelandet ist halt rausgelaufen ja alle durch das rahmen habe ich drei punkte verpassen das ist hat einfach das kotz mich dann einfach an rena wohn record Alter. 60 Stunden Wiedersage. Geh durch. So. Ich bin auch bereit und bei mir steht da nicht bestätigt. Achso. Ich verstehe. So. 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 Weißt du wie schnell die rum gehen? Oh nein. Ich hab schon wieder Angst. Ja, alles klar. Scheiße, ich sitze in einem Baum. Ja, das ist nicht mein Problem. Das ist dann eigentlich. Du musstest ja unbedingt ran. Das war nicht beabsichtig. Naja, du bist genau in mir rein gefahren. Voller Wucht. Voller Wucht. Ich gebe einfach nur Gas. Ja, wenn es beabsichtigt hätte, hätte ich gelacht. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ja. 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 Ich hab grad Baby noch ein bisschen angebummst. Hm. Das kann ich auch hier mit dem Ram. Und dann fällt ich selber das Auto. Geh weg. Geh weg. Herzhaft. Weißt du. Wir kriegen uns jeden. Markus wird dann einfach entspannt. Die rennen durch nach Hause. Hm. Richtig. Ja. Ja, ich hab's jetzt schon zu gewinnen. Ich würde halt gern auch mal irgendwie was gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020